Hey Leute und herzlich willkommen zum besten Feature von Dragonflight und zwar Drachenreiten. Ich bin hier in den Ebenen von Onara und hier kann man sich zum Beispiel für ein Multiplayer-Rennen anmelden. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal genug Anmeldungen, damit das Rennen überhaupt startet. Und da sehen wir es auch schon, es startet jetzt das Rennen und wir gehen direkt rein. Ich kenne die Strecke leider überhaupt nicht, werde hier vielleicht jetzt nicht erster, das ist schade, aber es ist okay. Ich will euch ja einfach nur das Rennen zeigen. Man hat hier zwei Fähigkeiten, Vorwärtsschub und Aufstieg in den Himmel. Und ja, das eine ist halt so nach vorne und das andere sollte man benutzen, also die zwei, wenn man nach oben fliegen will. Und das ist super nice. Dann sind wir jetzt hier erstmal stuck. Versammelt Rennteilnehmer, Rennstart in 12 Sekunden, 11, 10, 9. Alle Reiter wurden für dieses Rennen ausgewählt, perfekt. Und dann geht es auch schon gleich los hier. Oh, da müssen wir hin. Uff. Okay. Und jetzt? Oh, voll nach unten. Ja gut, wenn man natürlich das Rennen nicht kennt, dann ist man lost. Aber egal, wir schwitzen jetzt hier. Und ich finde, das macht super viel Spaß. Und gut, ich werde jetzt hier wahrscheinlich verhungern. Oh ne, gerade noch so geschafft. Aber ja, hier sehen wir schon die Problematik. Wenn man lost ist, dann passiert genau das und man stürzt ab. So, und wenn man dann den Kontrollpunkt nicht erreicht, dann ist man aus dem Rennen raus. Das ist sehr, sehr schade. Ich kannte, wie gesagt, die Strecke überhaupt nicht. Aber so ist das. Ist ja auch egal. Ansonsten, Drachenreiten. Hier sehen wir die Talente. Und das ist relativ interessant auch. Hier kann man selbst mal alles durchlesen. Was das eigentlich nur bewirkt ist, dass man hier Fähigkeit 1 und 2 hat. Das schaltet man halt, wenn man das Drachenreiten das erste Mal bekommt und lernt, automatisch frei. Und dann kann man hier so ein bisschen lesen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist das hier in der Mitte des Bildschirmes Elan. Und Elan wird nämlich am Boden regeneriert. Wenn man auf dem Boden einfach so rumreitet, dann regeneriert sich Elan. Normalerweise hat man erst mal nur 3 Elan-Punkte. Ich habe jetzt mittlerweile schon 4. Und Elan wird auch noch regeneriert, wenn man im Flug beim Drachenreiten eine hohe Geschwindigkeit hat. Das ist auch noch wichtig zu wissen auf jeden Fall. Ansonsten gibt es halt noch hier Abheben, wenn man Doppelsprung macht. Sprich, zweimal Leertaste drückt. Und dann passiert genau das und man hebt so ein bisschen ab. Ganz, ganz wichtig. Das ist nicht das gleiche wie die 2. Es ist relativ ähnlich. Aber man kann dann quasi Doppelsprung machen und dann die 2 drücken. Dann gewinnt man schon ordentlich an Höhe. Und wenn man halt nach unten immer fliegt, wird man immer schneller. Wenn man nach oben fliegt, wird man immer langsamer. Also ihr solltet immer darauf achten, dass ihr möglichst nach unten fliegt. Damit ihr so viel Geschwindigkeit wie möglich bekommt. Vor allem, wenn ihr auch nach oben fliegen müsst. Müsst ihr meistens die 2 drücken und die halt auch so ein bisschen aufheben. Safen, wenn ihr halt wisst, ihr müsst irgendwie nach oben fliegen. Und ja, während die hier gerade das Rennen beenden und gerade ankommen. Können wir uns direkt nochmal hier eintragen. Perfekt. Jetzt weiß ich auch gleich, wo es genau lang geht. Und dann schauen wir mal. Ja, ansonsten gibt es hier auch noch Nervenkitzel der Lüfte. Beim Drachenreiten mit hoher Geschwindigkeit regeneriert ihr alle 15 Sekunden ein Elan. Also es ist einfach generell gut, wenn ihr immer schnell unterwegs seid. Dann regeneriert ihr auch mehr Elan. Und Elan benutzt ihr für diese 1 und 2 Fähigkeit. Winde der Inseln. Ihr könnt Windböen aufschwören und nutzen, die auch im Flug umleiten. Und euch Antrieb gewähren. Das sind so Windböen, die auf den Strecken dann rumliegen. Und wodurch ihr auf jeden Fall auch durchfliegen solltet. Denn das gibt euch einen Speedboost. Dann müsst ihr für die letzten 2 noch irgendwelche Erfolge machen. Und dann gibt es noch Drachenklüfen. Und diese Drachenklüfen funktionieren eigentlich auch relativ simpel. Und zwar als Talentpunkte sozusagen. Man kann das Ganze hier finden. Ne, hier findet man das nicht. Irgendwo anders war das. Bei Dragonflight? Ne. Ja, wo war es denn? Hier war es bei Erkundung Dracheninseln. Drachenklüfen. Solltet ihr einsammeln. Drachenklüfen findet ihr meistens irgendwo oben. Bei großen Bauwerken. Die sind meistens irgendwo oben. In ganzen Gebieten sind überall Drachenklüfen versteckt. Meistens oben irgendwo. Ist nicht wirklich krass versteckt. Aber halt relativ weit oben. Ich werde euch gleich mal eine zeigen. Und die müsst ihr halt einsammeln und einfach durchfliegen. Und dann bekommt ihr einen Talentpunkt. Den ihr dann wiederum ausgeben könnt. So, dann let's go. Vorwärtsschub. Mal gucken. Uff. Ah, da habe ich leider was Grünes verfehlt. Das ist nicht so gut. Aber ihr seht schon. Das kann ordentlich Spaß machen. Hier ist was Grünes. Aha. Okay. So. Das ist gut. Leider sind wir nicht auf der Eins hier. Wir haben auch einen relativ guten Schwitzer erwischt. Dann fliegen wir auf jeden Fall hier durch. All righty. Dann auf jeden Fall da durch. Ihr müsst halt diese grünen Dinger auch einsammeln. Denn das ist wichtig und richtig. Das gibt euch Elan. Und Elan braucht ihr auf jeden Fall, um vernünftig zu fliegen. Holy moly. Die Strecke ist nicht ohne hier. Okay. Und jetzt geht's wieder von vorne los. All righty then. Ich glaube, ich save hier meinen Elan. Weißt ja, dass es gleich wieder nach oben geht. Die Ratte da vorne ist aber schneller. Da machst du nix. Ui, ui, ui. FPS Drops. Not Hilfe. Ah. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Das war fucking lost. Egal. It's fine. Wir sind hier aber auch gleich auf die Ratte. Gib jetzt mal auf hier. Oh. Hab ich den eingesammelt? Maybe. Oh. Bamdut. Numi hat gewonnen, Brody. Nice. Ich war siegreich. Ganz am Ende haben wir es entschieden hier. Digger. Das macht aber auch einen Spaß hier. Also, ich kann euch das nur, ähm, empfehlen, dieses Game. Say, OMG, I was right there and I clipped the rock. Erstmal Toxic, yeah, you need to get better. Wie gesagt, das macht richtig viel Spaß. Es gibt halt diese Multiplayer-Rennen. Und es gibt aber auch so Singleplayer-Rennen, die ihr auf jeden Fall machen solltet für Erfolge auch. Das, äh, ist auch relativ nice. Und, äh, da gibt's unter anderem dann, ähm, Bronzerfolg, Silbererfolg und Golderfolg. Man muss aber auch dazu sagen, umso mehr man hier geskillt hat, desto leichter wird halt alles. Weil das hier schon sehr starke Talentpunkte dann auch sind. Und wie gesagt, diese Talentpunkte kosten Drachen-Klüfen. Damit sind diese Erfolge hier im Prinzip gemeint. Und oben rechts seht ihr sogar hier im Bild, euer Drache wittert eine nicht eingesammelte Drachen-Klüfe in 352 Metern Entfernung. Irgendwo in der Nähe des Vorstoßes. Und, äh, das gibt euch so ein bisschen Info darüber, dass ihr in der Nähe einer Drachen-Klüfe seid. Das mit den Metern tut sich leider nicht so gut updaten. Und wo genau ist jetzt die Drachen-Klüfe richtig? Ihr seht's schon, da oben ist die nämlich. Da oben müssen wir also irgendwie hinkommen und einfach durchfliegen. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie man da hochkommt. Könnte mir halt vorstellen, dann müsste man von der Küste des Erwachens vielleicht hier runterfliegen. Weil von hier wüsste ich jetzt nicht, wie man da hochkommt. Man kann natürlich so ein bisschen schummeln. Ich hab jetzt vier Elan angespart. Ich kann jetzt Doppelsprung machen. Dann drück ich die zwei. Nochmal die zwei. Okay, und dann bin ich actually schon oben. Ähm, ja, man muss aber genau durchfliegen, wie man sehen konnte. Und dann hat man jetzt eine weitere Drachen-Klüfe sich gegönnt. Und diese Drachen-Klüfe, die wurde jetzt hier auch direkt hinzugefügt. Und ich kann jetzt actually hier ein krasses Talent auch schon wieder auswählen. Ich persönlich würde sagen, dass das hier nicht so gut ist. Weil, also, Vaigor ist, denke ich, Elan. Und das wird dann halt nochmal beschleunigt, dass, wenn man auf dem Boden rumreitet, sich das schneller regeneriert. Aber meiner Meinung nach ist das nicht so gut. Vor allem nicht für Rennen und in der Luft nicht. Weil man ist ja nicht so oft auf dem Boden. Deswegen würde ich persönlich sagen, dass Nervenkitzel der Lüfte erzeugt, alle zehn Sekunden ein Elan noch besser ist. Weil Nervenkitzel der Lüfte ist, dass man beim Drachenreiten einfach alle 15 Sekunden ein Elan regeneriert und alle zehn Sekunden ein Elan. Ist natürlich noch besser. Und das ganz links hier kann natürlich auch ganz nice sein. Und zwar Umleitung. Bei langsamer Bewegung wird die Wirksamkeit von Vorwärtsschub um bis zu 125% erhöht. Nimmt ab, wenn die Geschwindigkeit zunimmt. Finde ich jetzt auch wieder nicht so gut, dass, wenn man halt schnell ist, das nicht so viel bringt. Aber weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass hier entweder das ganz rechts das Beste ist oder das ganz links. Das in der Mitte halte ich für eher nicht so gut. Und Vorwärtsschub ist halt die Eins. Und wie gesagt, Vorwärtsschub, also die Eins kostet ein Elan. Die Zwei kostet auch ein Elan. Und nochmal hier als Tipp, unterschätzt wirklich nicht die Zwei zu benutzen. Denn das katapultiert euch halt wirklich nach oben. Und das sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn man gleich sieht, dass man nach oben muss. Und das ist wirklich schon ganz gut OP. Und dementsprechend benutzt das ruhig. Ja, das soviel dazu. Das haben wir jetzt also. Also es gibt halt diesen Talentbaum, den man auch jederzeit überall hier einsehen kann. Und auch Skillpunkte vergeben kann. Aktuell zumindest auf der Beta. Ansonsten bei der Küste des Erwachens lernt man halt das Ganze eh alles erstmal kennen. Und das wird auch alles relativ gut beigebracht. Wie gesagt, Drachenklüfen müsst ihr einsammeln, um Belohnungen hier oder Talente freizuschalten. Und umso mehr ihr halt freigeschaltet habt, desto krasser seid ihr halt. Und gewinnt dann natürlich auch Multiplayer-Rennen gegen die anderen Spieler. Wenn die halt keine Skillpunkte haben, habt ihr ganz klar einen Vorteil. Das ist nicht ganz so cool gemacht, aber ist halt so. Und es gibt halt eine Menge Drachenklüfen, ne. Also das ist schon wirklich nicht wenig. Dann kommen wir jetzt nochmal hier zu den Rennen. Überall in der Welt gibt es halt diese Rennen. Es gibt einmal halt diese Mehrspieler-Drachen-Rennen. Die bringen tatsächlich relativ wenig. Ich glaube, die sind auch eher nur für den Spaß reingemacht worden. Und dann gibt es halt diese Singleplayer-Rennen, wo man halt Erfolge machen kann. Mit Bronze, Silber und Gold. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein. Ja, hier sagt er nochmal, wir sollen den Golden Ringen Folge leisten. Ich kenne die Strecke jetzt nicht. Keine Ahnung, ich spiele jetzt zum ersten Mal. Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken. Man sieht aber schon anhand... Ja, okay, komplett lost hier. Holy shit. Anhand dieser Linie sieht man schon so ein bisschen, wo man danach hin muss. Zum Beispiel diese blaue Linie zeigt euch immer danach an, in welche Richtung ihr fliegen müsst. Es gibt halt diese goldene, gelbe Linie und diese blauen Linien. Daran sieht man halt relativ gut, wo man lang muss. Das ist noch ganz nice. Und ja, ich weiß halt absolut nicht, wo ich lang muss. Okay, da lang. Man ist halt meistens immer, wenn man das erste Mal eine Strecke spielt, lost. Also ich zumindest. Oh mein Gott, jetzt geht es hier richtig ab. Und ich muss sagen, es macht mir super viel Spaß. Gut, jetzt die FPS-Trops. Das könnte auch an meiner schmutzigen Grafikkarte liegen. Da muss ich mir demnächst noch neue gönnen. Aber es macht halt super viel Spaß. Und gut, das war jetzt natürlich nur Bronze. Das ist natürlich absolut schlecht. Aber beim ersten Mal denke ich relativ normal. Es gibt dann meistens auch noch so eine fortgeschrittene Strecke. Aber ich glaube, auf die hat man erst Zugriff mal an Silber mindestens erreicht. Deswegen gehen wir gleich nochmal rein. Und jetzt kenne ich ja die Strecke. Und denke, werde jetzt schon besser performen. So, wir drücken mal direkt hier die 1. Drücken wir direkt zweimal die 1. Weiß ich nicht, ob das so der Play ist. Maybe. Jetzt bin ich schon wieder dagegen gefahren. Ah, hier ist zum Beispiel so ein Wind. Okay. Oh, ups. Ja, wenn man natürlich ein Checkpoint verfehlt, dann ist es schlecht, wie man hier sehen konnte. Aber wir haben es nochmal gesaved. Machen wir einfach den hier. Gehen nach unten. Zack, Dude. Ah, das habe ich hier gar nicht vorhin gesehen, dass hier so Winddinger rumliegen. Da musst du aber von der Strecke weg. Also man sieht schon, es gibt hier und da viele kleine Tricks, die man erstmal sehen muss und checken muss. So, jetzt geht es hier halt richtig ab. Ui, ui, ui. Da muss ich auch gar nicht meinen Elan jetzt hier. Hier kann man mal die 2 drücken. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich finde, das macht super viel Spaß, dieses Drachenreiten-Feature. Und finde ich persönlich das Highlight von Dragonflight. Leider war das eine schlechtere Zeit als gerade eben. Das ist schade. Deswegen gehen wir direkt nochmal rein. Und jetzt spielen wir es hier mal richtig. Versuch Nummer 3 wird es jetzt werden. Ich sehe nämlich da unten schon einen Trick. Ah, never mind, Dude, oder auch nicht. So, wir machen nämlich den hier. Zack, Dude. Können wir uns das hier. Das ist halt auch dieses Komische, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und diese Winde, die muss man ja auch erstmal lernen. Die liegen nicht von Anfang an direkt da. So, zack, Dude, bam. Und dann gehen wir hier entlang und da entlang und hier entlang. Einfach schön, das macht einfach Spaß. Mal abgesehen von den FPS-Tropps. Aber das ist... Okay, dann drücken wir hier nochmal die 2. Und dann denke ich, sollte es auf jeden Fall jetzt mal Silber sein. Hoffe ich. Oh, never mind, Dude. Äh, war halt super knapp. Actually, war es super knapp für Silber. Aber ich könnte mir vorstellen, woran es lag. Und zwar, weil ich da unten wieder nicht diesen Wind eingesammelt habe. Das kann doch nicht sein. Am Anfang bin ich irgendwie so super langsam. Ah, jetzt habe ich mal es geschafft, das einzusammeln. Holy Shit, ich bin immer auch schlecht. Oh, da bin ich fast bei irgendeinem Baum hängen geblieben. Das ist natürlich auch ein bisschen fies, ne? Positionieren hier teilweise Bäume. Die, äh, dann ein bisschen schwierig sind. So. Man sieht hier teilweise halt nicht viel. Aber das ist okay. Zack, bam. Big Speed. Jetzt hier nochmal die 2. Das war ganz gut. Das hat sich angeboten. Jetzt nochmal die 2. Ja, perfekt. Und wenn das nicht Silber ist, dann weiß ich aber auch nicht. Da haben wir es. Mord durch Flug Silber. Boah, es war sogar fast Gold. Ganz knapp. Aber actually gibt es hier keine fortgeschrittene Strecke. Es gibt normalerweise auch immer zwei Strecken. Aber anscheinend hier bei dem jetzt nicht. Aber das werdet ihr dann auswählen können. Und da steht halt hier noch ein zweiter Button. Ich würde gerne die fortgeschrittenere Strecke spielen oder so. Und die ist dann wirklich nochmal teilt sehr viel härter. Da musst du wirklich ein bisschen üben und dich erstmal einspielen und so. Dann gibt es halt auch noch diese komischen Drachen-Plattformen hier. Podium der Transformation. Da kannst du halt deinen Drachen auswählen. Es gibt halt mehrere Drachen. Ich glaube, die ersten vier schaltest du frei, wenn du die Kampagne durchgespielt hast. Also für jede Zone halt einen. Und hier kannst du den halt so ein bisschen einstellen. Wie du den haben willst. Wie er aussehen soll und und und. Und ja, das dazu finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Man sieht auch, dass es noch alles hier gesperrt ist. Musst du auch alles freischalten. Ich persönlich lege jetzt da nicht so mega viel Wert drauf, wie die jetzt aussehen, die Drachen. Das ist mir relativ egal. Aber klar, hier und da kannst du schon mal was einstellen. Warum nicht? Und du kannst auch wirklich viel einstellen. Also wenig ist das nicht. Hier beim Schwanz kannst du ein bisschen was einstellen. Eine Mähne oder sonst irgendwas. Also da kannst du wirklich Spaß haben bei diesen Feature. Und deswegen muss ich einfach sagen, dass das Drachenreiten-Feature von Dragonflight mir sehr, sehr gut gefällt. Darauf freue ich persönlich mich am meisten. Weil es ist halt wirklich was Neues. Im Prinzip auch das Einzige, was wirklich neu ist. Gut, das neue Berufesystem und so. Aber das feiere ich nicht. Berufe waren auch nie wirklich mein Ding. Dann lieber sowas hier. Und deswegen, ja, finde ich das sehr gelungen, das Drachenreiten-Feature. Macht sehr, sehr viel Spaß. Man kann sich damit auch wirklich gut beschäftigen und befassen. Alle möglichen Erfolge machen. Zum Beispiel hier jetzt Silber. Ihr seht es, ich habe auch schon hier den einen oder anderen auf Gold natürlich. Und da kann man auf jeden Fall erstmal alle Erfolge sicher gönnen. Und dann im Multiplayer-Rennen noch ein bisschen mehr Spaß haben. Mit echten Spielern spielen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn man dann alle Talente hier hat. Also einfach nur alle Drachen-Klüfen zusammenfarmen. Was jetzt nicht so schwierig ist. Wir können auch mal ein bisschen vielleicht eine suchen. Eine Drachen-Klüfe. Und ja, ihr seht es, ihr könnt einfach hier zum Beispiel viermal die 2 drücken, um gut an Höhe zu gewinnen. Und dann immer möglichst nach unten fliegen. Weil wenn ihr immer euren Drachen nach unten neigt, dann fliegt ihr halt schneller. Das ist noch wichtig zu wissen. Und ich weiß auf jeden Fall noch, wo meine andere Drachen-Klüfe ist. Die war irgendwo hier unten, habe ich noch eine gesehen. Die sind jetzt noch nicht so super mega hart versteckt. Meistens irgendwo oben, also immer nach oben gucken. Und wie gesagt, euer Drache wird euch dann auch ne Meldung geben. Im Chat selbst. Aber sogar auch actually noch mit was anderem. Mit diesem komischen Buff, den man dann hat. Genau, da oben ist nämlich noch eine. Da sieht man das halt. So sehen diese Drachen-Klüfen aus. Ist jetzt schwierig da hochzukommen. Aber was man halt machen kann, ist einfach nur ein bisschen warten. Weil wir wissen ja, solange wir uns auf dem Boden aufhalten, regenerieren wir Elan. Und ich denke, wenn ich einfach vier Elan jetzt hier anspare, werde ich wahrscheinlich ganz easy da hochkommen. Und ihr seht's auch, was hier im Chat steht, ne? Euer Drache spürt eine Drachen-Klüfe in der Nähe auf. Und das heißt halt für euch, dass irgendwo in der Nähe eine Drachen-Klüfe ist. Und man hat halt auch diesen Buff hier. Da sieht man sogar noch die Meter-Entfernung. Aber ich würde euch als Tipp geben, schaut immer mal nach oben irgendwo hin. Schaut in den Chat, dass ihr die Drachen-Klüfen während ihr questet auch schon ruhig einsammeln könnt. Um an die Drachen-Klüfen zu kommen, halte ich persönlich jetzt für nicht so mega schwer. Das ist einfach nur so ein bisschen warten, bis ihr genügend Elan habt. Ansonsten ist es halt ganz gut, wenn ihr euch irgendwie möglichst weit nach oben begebt. Damit ihr schon mal so dicht wie möglich an der Drachen-Klüfe dran seid. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie man da irgendwie auf normalen Wege groß weiter nach oben kommen sollte. Also halte ich persönlich für schwierig. Ich bin ja auch schon fast dran. Und wenn man es halt nicht so schafft, man kann es ja auch Schritt für Schritt nach oben arbeiten. So, machen wir mal jetzt das hier. Guck mal, das sollte aber locker passen. Ja, guck mal. Okay, perfekt. Ja, und dann haben wir auch die. Und so kann man halt so ein bisschen abfarmen. Ich glaube, da hinten ist auch noch eine. Vielleicht kriege ich die direkt mitgenommen. Die habe ich nämlich von da hinten auch gesehen und extra nicht mitgenommen fürs Video. Das wäre natürlich jetzt insane, wenn es klappt. Da ist sie nämlich. Ja, das sollte klappen. Sehr gut. Und zack, die haben wir auch noch mitgenommen. Einfach schön. Gut, wo jetzt hier noch mehr Klüfen sind, keine Ahnung. Vielleicht ja da hinten. Halt immer hochgucken, ne? Bei Bergen, bei Ruinen, bei Türmen. Da findest du dann meistens Drachen-Klüfen. Ich weiß jetzt aber nicht hier, wo vielleicht die nächste ist. Können wir halt vorstellen, dass da vielleicht eine ist. Aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ah, actually, da ist eine. Die ist aber versteckt im Nebel. Oh, passt. Just in time. Da ist sogar einer, der das auf entspannt macht. Interest. Ja, so kannst du halt auf Reisen gehen, ne? Und die ganzen Drachen-Klüfen dir gönnen. Können mir vorstellen, da ist auch noch einer. Das Gute ist, dass ich halt so eine Höhe hier grad hab und schön schnell bin. Kann ich hier wieder schön einmal nach oben fliegen. Perfekt. Ah, das wird aber close. Ob da eine ist, weiß ich nicht. Was ist denn das? Ah, ich weiß nicht. Ist das eine? Sieht irgendwie so komisch da oben aus. Strange. Ich glaub, die werd ich aber nicht bekommen, weil ich bin einfach grad zu niedrig dafür. Aber ja, so muss man halt basically diese Drachen-Klüfen sich gönnen. Actually hier mal ein bisschen was erforscht. Und das ist halt einfach super. Also ich weiß nicht, das macht super viel Spaß. Find das vom Feeling her auch super spaßig. Hier über die Lüfte zu gleiten. Und einfach nice. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo im Visier. Unlucky. Ich weiß nicht, in der Küste des Erwachens, wo hier Klüfen sind. Ah, da ist actually eine. Perfekt. Und so sammelt man sich halt die Klüfen dann zusammen, ne? Auf ganz entspannter Basis. Zack, dude. Vielleicht da oben noch eine. Ah, ah, nö. So, sieht nicht so aus. Weiß ich nicht, wo hier noch welche sind. Ah, da ist noch eine. Perfekt. Da kannst du halt auf Reisen gehen. Und ich find halt einfach, es macht super viel Spaß. Gut, ich würde sagen, das reicht dann auch erst mit den Klüfen. Wir haben jetzt genug. Und guck mal, wie viele Talentpunkte wir jetzt actually haben. Wir haben jetzt fünf. Aber aus irgendeinem Grund kann ich anscheinend nicht weiter skillen. Interest. So, wir landen mal jetzt hier. Liegt das vielleicht daran? Ne, aus irgendeinem Grund kann ich hier nicht weiter skillen. Ach so. Wahrscheinlich musst du die anderen auch erst mal skillen. Dann würde ich sagen, skill ich das. Ne, macht Sinn, leuchtet ein. Weiß ich gar nicht. Muss man anscheinend erst mal alle drei skillen, damit man hier weiter skillen kann. Das kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Aber, wie gesagt, das Drachenreiten-Feature mit Abstand das beste Feature, was Dragonflight meiner Meinung nach zu bieten hat. Jeder sieht das natürlich ein Stück weit anders, aber ich sehe es so, weil ich mag halt auch gerne Rennspiele, ich mag schnelles Gameplay, ich mag gerne Movement. Und da hat man so ein bisschen Spaß. Und einfach mit den Drachen hier über die ganzen Zonen zu gleiten, macht einfach insane viel Spaß. Also, deswegen freue ich mich darauf. Auf jeden Fall am meisten. Das Drachenreiten-Feature ist sehr, sehr gut gelungen. Sehr, sehr gute Arbeit von Blizzard. Macht mega viel Bock. Macht Spaß. Und ist einfach geil. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne noch ein Like da lassen. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu dem Drachenreiten-Feature in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr euch auch darauf so krass freut wie ich oder ob ihr es überhaupt nicht geil findet. und es für den größten Schrott haltet. Lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.